Joa Jungs, was geht ab? Heute ist das Spiel Wolfsburg gegen Union. Wir haben von der Schule ein paar Tickets bekommen. Ich bin hier noch auf Arbeit, wie man unschwer erkennen kann. Es ist 6 Uhr morgens und ich war gestern eigentlich nur bis Mitternachts verabredet draußen. Aber da haben mich die Jungs abgeholt und dann sind wir noch mal zu mir nach Hause und haben bis 4 Uhr Pfeife geraucht. Es ist 6 Uhr morgens, ich habe nicht viel geschlafen. Das heißt, ich könnte heute den ganzen Tag ein bisschen müde sein. Das Spiel ist um halb 4. Ich habe Schichtende um 12, dann gehe ich nach Hause. Ihr werdet es sehen. Ich habe Schichtende um 12, dann melde ich mich einfach noch mal. Jetzt muss ich erst mal 6 Stunden arbeiten. Arbeiten. Es ist 6 Uhr morgens. Niemand kommt zur Feststation um 6 Uhr morgens an. So, da sind wir auch schon. Ich bin gerade raus von zu Hause. Cable hört mich gleich ab. Ja, dann geht es los. Maske ist da. Ich habe noch Handschuhe mit, weil es ein bisschen kälter wird. Das ist echt sonnig heute. Das ist ganz geil. Wir sind jetzt im Auto. Leon ist da. Hi. 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 Ich habe es in den letzten Wochen gesehen. Hey, guck mal, flieg was aus dem Bauch. Guck mal, das ist Sinn, ich weiß es nicht. Ist scheißegal, Bruder. Kannst du dir auch die Kamera angesprochen? Nee, keine. Das ist scheiß einfach. Eigentlich? Ja, ja, die hat auch gesehen, dass die haben das Schlagern gesehen. Der hat auch gesehen, dass die mit ihm da sind. Okay. Ähm. Was sagst du? Was sagst du? Ich sag Tor Kruse, Digga. Tor Kruse? Der macht heute ein Tor gegen seinen Ex-Verein. Doch, doch. Ich sag wieder Jonas Wind. Nee, nee. Ja, beide, beide, Digga. 2-1. Was sagst du? Digga, ich sag, wir verlieren heute so wie immer, Digga. Du bist so ein Pessimist, Junge. Nee, Digga. Die Quote ist gut, Digga, dafür. Wir haben Lacronik und wir haben Brukes durch. Natürlich Brukes haben wir. Und Brukes? Brukes spielt? Aber der ist genauso scheiße, als wenn er nicht spielt, Digga. So, wir sind jetzt vorm Stadion. Oh, gut, jetzt wieder vorm Stadion. Heute wird ein gutes Spiel, sage ich dir. Ich tippe 2-1. Haben wir was für die ganze Zeit? Ja, ich auch. Ich tippe, wir verlieren. Ich sag, wir gewinnen das, Digga. Digga, diese Schlangen, die kann man nicht sehen. Digga, die ist so lang, man kommt hier einfach nicht rein. Guck mal da hinten, Digga. Hier geht es nach ganz hinten. Wir kommen erstmal nicht rein. Wir müssen jetzt erstmal Covid-Test hier vorzeigen und dann... Wir müssen uns erstmal eine Impfung abholen. Wir müssen uns erstmal die vierte Impfung abholen, sonst kommen wir nicht ins Stadion. Man, die Schwesen hier, Alter. Digga, und dann... Der Hula. Der Hula. Der Hula. Der Hula. Der Hula. Ist aber super. Ist aber super. Auf jeden Fall müssen wir jetzt vorzeigen, bla bla bla. Und dann müssen wir uns nochmal anstellen und das dauert auch mal. Digga, ist auch wieder scheiße gemacht, Digga. Guck dir mal die Schlangen an. Wer hat das so einen Quatsch ausgedauert? Ja. Wer hat das so einen Quatsch ausgedauert? Wer hat das so einen Quatsch ausgedauert? Ja, wie sind die jetzt hier im Stadion? No, no, Digga. Was? 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 Wo ist Daniel? Wo ist Daniel? Wo ist Daniel? Ja, wo ist Daniel? Schreib mal Daniel. Ich schwöre, erstes Minut-Tor. Oh, Bako, Digger. Geld. Scheiße. Hier, Regier, der Fahrer Röfel. Digger, da hoff ich es in den Film gedacht. Ich war mit Mula-Score im Video. Ja, kann ich mal. Das ist für den Mula-Score. Mula-Score. Wie war denn das Spiel dann? Wie war denn das Spiel? Scheiße. Wie, hast du gespielt? 1-0. Forstor. Oh, Foul. Game, Digger. Ja, Bako, weil irgendwie jetzt nicht so weit gebrochen ist, Alter. Das ist immer eine Flippe für mich. Bischof, was ist ein peinliches Facken, Mann. Nee, Mann. Das ist mir auch nicht mehr. Bischof, lass mal, lass mal, lass mal. Boah, ist das schlecht, Digger. Starker, Junge. Ja, 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 Ja. Scheiß zwei. Ja, Klo. Ey, heut ist ein Club, Alter. Das sind die geilsten Fans einfach! Ganz wichtige Sache! Ganz wichtige! Vielleicht die Kroppenschliffe! Ganz Wichtige? Haben wir das! Was? Das ist die CIL! Und du musst sogar mehr voll sein! Ich komm mit der Omo! Es ist mittlerweile Sonntag... Ich habe vergessen ein Outro zu machen... Das war an dem Video... Lasst ein Like und ein Abo drauf, haut rein.